Willkommen beim IT-Dienstleistungszentrum Berlin. Wir geben euch einen Einblick in unsere Ausbildung. Als geschultes Fachpersonal vermitteln wir für die Bürgerämter und das Landesamt für Bürger und Ordnungsangelegenheiten. Jedoch ist unsere hauptsächliche Dienstleistung als Behördenauskunft den Bürgern zu dienen. Das Ziel unserer Ausbildung ist es, Agenten der 115 zu werden. An unserer Ausbildung sind beteiligt die Fachbetreuer, die Ausbildungsleitung, das Trainingsteam und das OSZ für Bürowirtschaft I. Hier in unserem Ausbildungszentrum finden Schulungen für Kommunikation, Microsoft Office und Workshops statt. Wir bekommen vom Trainingsteam im Servicecenter Schulungen zu den Modulen Bezirksämter und Landesamt für Bürger und Ordnungsangelegenheiten. In denen lernen wir, an die Behörden zu vermitteln, die Zuständigkeiten, die Fachämter und wie die Einwahlnummer lauten. Außerdem hatten wir noch Kommunikationstraining über Gesprächstechniken und wie wir souverän mit Beschwerden umgehen können. Wer die Schulung absolviert hat, kommt in den Trainingsraum, den Dojo. Hier üben wir mit den Fachbetreuern die Theorie in die Praxis umzusetzen. Und ein Montagmorgen sieht bei uns dann so aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schönen guten Tag Bezirksan Pankos. Ich spreche mit Herrn Ledi. Anmeldungen in einer Wohnung können Sie in jedem Bezirk machen. Sie wollen in Panko, alles klar. Ich schaue mal kurz nach Termin. Ja. Nächste Woche Mittwoch ist was vor. Den würden Sie nehmen? Alles klar. Dann brauche ich aber ein paar Daten von Ihnen. Sind damit einverstanden, dass ich den ertrage? Nach getaner Arbeit kann man auch einfach mal die Aussicht genießen. servicio. Also did Sie? Ich schalte dich. Vielen Dank.